Christoph, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer stößt mit seiner Forderung den Ukraine-Krieg einzufrieren und seiner Skepsis gegenüber westlichen Sanktionen in der eigenen Partei auf heftige Kritik. Steht er damit mit dieser Haltung allein da? Das glaube ich nicht. Natürlich wird er scharf kritisiert, vor allem auch aus der Bundes-CDU. Friedrich Merz hat ja gesagt, dass das nicht die Linie der Partei in Deutschland ist. Deswegen gibt es natürlich viele Kritiker, aber hier in Sachsen findet er durchaus auch Beifall. Also es gab ja auch schon eine Erklärung von 17 Bürgermeistern und Oberbürgermeistern, die das unterstützt haben, was Kretschmer gesagt hat, und die der Meinung sind, dass er da auf dem richtigen Weg ist. Allerdings hat ja heute Marco Wanderwitz in einem Interview mit der Leipziger Volkszeitung doch nochmal scharfe Kritik an seiner Haltung geübt, auch weil er sozusagen nicht auf der Linie der Bundespartei ist. Und vor allem, weil er Applaus aus der falschen Ecke, aus der falschen politischen Ecke bekommt, nämlich von der AfD und auch von der Linkspartei zum Teil. Von Sarah Wagenknecht zum Beispiel. Marco Wanderwitz hat heftige Kritik an der Haltung Kretschmers geübt und ihn mit seiner Position als Geisterfahrer bezeichnet, der aber nicht denkt, er ist der Geisterfahrer, sondern alle anderen. Also hat Wanderwitz recht? Na ja, das Geisterfahrer bezog sich ja darauf, dass er sozusagen aus der Bundeslinie ausgeschert ist. Und jetzt denke ich mal, Kretschmer vertritt die Position auch ein bisschen des sächsischen Unternehmertums, die ja eine große Affinität auch zum russischen Markt hatten und die auch große Nachteile schon seit 2014, als die Krim besetzt wurde und die ersten Sanktionen anfingen, hatten die praktisch einen großen Teil ihres Marktes dort verloren. Und aus dieser Sicht heraus vertritt Kretschmer natürlich auch die Interessen der sächsischen Wirtschaft. Das darf man ihm ja nun einfach nicht übel nehmen. Er ist ja Regierungschef von Sachsen und nicht von Deutschland. Dennoch gibt es keinen anderen Ministerpräsidenten in der Bundesrepublik, der eine solche Haltung wie Kretschmer gegenüber Russland den Sanktionen bezieht, wie er. Was heißt das für das Image des Freistaates Sachsen? Das weiß ich nicht. Also ob das erstmal, ob das draußen so stark bemerkt wird, weiß man ja nicht. Für das Image würde ich sagen, man kann auch sagen, er vertritt halt die Interessen des Landes Sachsen und die sind halt ein bisschen anders als woanders. Also wo sind die Interessen? Sachsen ist anders als die zum Beispiel Sachsen-Anhalt. Ich meine, der Sachsen-Anhaltische Ministerpräsident Rainer Haseloff hat natürlich mit genau denselben Problemen zu kämpfen. Pisteritz, der größte Gasverbraucher Deutschlands ist in Wittenberg. Leuna, Chemieindustrie. Ja gut, aber vielleicht ist es auch so, dass Michael Kretschmer merkt, dass er vor allem auch in Bürgergesprächen, die er ja macht, da auf Beifall bekommt für seine Thesen. Aber es ist auch wohl offenbar seine innere Überzeugung, dass man so handeln muss, dass man später noch mit Russland irgendwie zusammenkommen kann. Ist halt die Frage, ob mit Putin geht das sicher nicht. Aber er will halt irgendwelche Wege offen halten für Verhandlungen. Und ich finde, darüber kann man debattieren und darüber sollte man auch debattieren. Und man sollte da nicht so eine Imagefrage stellen deswegen. Wir sind eine Demokratie und da wird offen debattiert und da kann auch über so eine Frage, wie geht man mit Russland um, debattiert werden. Es muss hier nicht alles auf einer Linie bleiben. Okay, Christoph, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020